Also hier haben wir den Markt und der zittert wie Espenlaub, wenn er rauskommt in den Auslauf. Also er will am liebsten nur drinnen sein in seiner Box und liegt in seinen Pörbchen und ist wirklich ein ganz armes Haarschal. Und bräuchte ganz dringend eine Familie, weil er hier einfach zu gestresst ist und einfach, er kommt überhaupt nicht mehr runter hier. Es gefällt ihm nicht.